Das Kulturticket. Kostenlos ins Theater. Für Studierende der Universität Konstanz und der HTWG. Und so geht's. Such dir auf unserer Website deinen Termin zu deiner Wunschvorstellung aus. Auf der Programmseite unter Premieren, Repertoire, Gastspiele oder unter Extras. Klicke auf die Vorstellung, die du sehen möchtest. Unter Termine und Tickets findest du die Vorstellungstermine und den Hinweis darauf, ob deine Wunschvorstellung im Kulturticket inklusive ist. Reserviere ab drei Tage vor der Veranstaltung dein Ticket per E-Mail an theaterkasse at konstanz.de. Hol dir dein Ticket ab drei Tage vor der Veranstaltung an der Theaterkasse im Kulturkiosk oder an der Abendkasse bis eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn gegen Vorlage deines Studierendenausweises ab. Und jetzt? Auf ins Theater und viel Spaß! Wünsch dir dein Theater Konstanz. Wünsch dir dein Theater Konstanz.